yo meine lieben heute kommt zu einem neuen video auf meinem kanal heute kommt mal wieder eine neue server vorstellung und zwar stelle ich euch heute in kubahills.net server vor ich weiß nicht wie man das richtig ausspricht und heute haben wir auch noch einen supporter vom server mit dabei sag mal hi weißt du wie man das richtig ausspricht kubahills oder kubahills kubahills ok also dieser server ist echt mega cool es sind meistens über 20 leute drauf also jetzt in der nacht und wir wollen euch den server mal vorstellen und zwar gibt es einmal navigator wie auf jeden server und zwar gibt es da sky pvp der schwitze ich schon teilweise richtig im kubus ist bedwurst kuba unity im kit pvp und what it habe ich auch schon mal gespielt und hat entspannen ist auch alles schön weihnachtssteine wie das gehört dann wollen wir mal in skype für viel reingehen es gibt ja einmal teams verboten und einmal teams erlaubt aber ich gehe meistens zu verboten aber da rein hast du alle kids oder nur bestimmte ich habe alle cozy zwei herzen kann ich komme Oh, wieso tötest du mich die ganze Zeit? Oh, wieso tötest du mich die ganze Zeit? Ok, lebst du noch? Nope. Okay. Ah, wo bist du? Lol, da? Oh, lol. Pff, ok, ich würd mal sagen, wir lieben das jetzt hier mal. Also, ihr wisst jetzt was es ist. Also, ich suchte das echt richtig. Und dann gibt's hier halt noch Cube Wars, ähm, wollen wir mal eine schnelle Runde spielen? Ja. Habe ich auch gar nicht noch einmal gespielt? Äh. Lass mal eine andere Runde gehen, irgendwie. Äh, das ist jetzt noch einer, der Bugs, aber das finde ich nicht schlimm, weil das Server, die haben so viele Spieler, ja, da kommst du rein? Warte ich mal ins Fallschip. Ja, das ist eine Map wählen, jetzt ist hier wer anderes drin. Immer das ganz rechte. Äh, komm mal in das ganz linke rein, da bin ich's gerade drin, ja, okay, gut. Hoffentlich geht's jetzt. Statistik, Spielerklärung, wir brauchen schon mal Spielerklärung bei so'n Spiel. Okay, jetzt geht's. Ja, hier hat man halt diese Stadt-Equipment. Ich werde dich so platt machen, das sage ich dir. Kannst du irgendwie eine Bauart fastputschen oder irgendwas? Ja. Hm, jetzt muss ich dich aber jetzt mal kriegen. Ist das dein Ernst? So, jetzt brauchen wir jetzt so'n bisschen, bis es hier losgeht und dann irgendwie diese Stadt-Equipment, also das ist jetzt nicht so das normale Bett aus, was man so kennt, aber es heißt ja auch Q-Force, ne? Also das heißt jetzt nicht Bett aus, ne? Kommst du da? Nee, das lasse ich nicht gehen. Oh, tschüss. Und? Ist das dein Ernst? Tschüss. Ach, yo! Also, das, diese Zähne musst du dir angucken. Ja. Runde gewonnen. Und? Muss ja auch irgendwie sein, ne? Ähm, kommen wir wieder zurück zur Lobby und dann gibt es noch die... Komm, nennen sich das jetzt mal, da gehen wir jetzt mal rein. Ähm, hier geht's dann hoch zu VIP-Lounge. Wo ich nicht rein kann, aber du glaub ich, ne? Ja. Ähm, ja, geh mal hier wieder runter. Aber ich glaub, als Junior-Youtuber kann man da rein. Ja. Und dann hier ist die Bühne, da kann ich den auch als Junior-Youtuber drauf und die Screenboxen, dann müsst ihr dann eigentlich auch reinkommen. Ähm, also die Bühne. Find ich echt krass. Mach mal ein bisschen Musik an oder irgendwas. Kann ich machen. Krass. Ja. So. So. Dann hat man hier halt noch so ein paar Sachen. Einmal hier Glitches. Ähm, kann man hier in der Inner Palace schnappen. Das hab ich aber jetzt noch nicht ganz kapiert. Hier die Freunde. Ja, Extras. Kann man sich jetzt hier irgendwie sowas anziehen, ne? Oder hier noch so ein Kopf von Gomme. Ja. Ähm, und ja. So. Ähm, dann lieben wir mal wieder. Oh, man kann ja nicht lieben. Ups. Ähm, Kid PvP. Ja. Komm mal zu Kid PvP. Du darfst auch vor kurzem die neue Map kommen. Ja. Das hab ich noch nie gespielt. Und es leckt bei mir. Oh, es leckt. Oh, und. Och, ich bin der richtige Noob im Supen. Aber die brauch ich, glaub ich, gar nicht. Also, wenn ihr das tut rein. Oh, mein Gott. Kannst du gut suchen? Geht. Oh. Da hackt einer. Wie heißt der? Der wurde schon vom Antisit gekickt. Achso, okay. Hättest du dir in den Bannen können? Oder geht das eigentlich als Supporter nicht? Nein. Das funktioniert leider als Supporter nicht. So. Du bist halt in so ne Ecke ganz afkochend. Ich glaub natürlich diesen Typen, diesen Boy hier mal. Oder ich versuch es zumindest. Stehen. Ja. Geil. Geil. Jo. Alles klar. Also diese Kämpfe hier, die können ewig dauern. Schmeißen. Schmeißt du dich Supes auch immer weg? Ja. Wieder ein paar Auten reinmachen. Ja. Und ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ich, ähm, ein Gemeinfeldienstes aber mehr bringen soll. So in Livestreams und so ne. Au. Oh. Jo, yo. Oh. Au. Juu. Oh. Uff.. Uff... Ich mische sicher noch der Moderator da ein. Der kann nicht mal schön... Oh ja, er muss ja auf mich gehen. Ja. Dann lief ich jetzt hier auch mal. Okay, und dann gibt es noch What It, aber dieser Spielmodus, der geht zu lange. Dann kann ich noch mal ein extra Video spielen. Oder was würdest du sagen? Hm, ja, es dauert zu lange. Dann würde das Video jetzt 15 Minuten gehen und darauf habe ich keinen Bock, weil das kostet mich keine an, denn... Ja, natürlich... Ja? Ja, das Spielprinzip ist einfach... Man sitzt in einem Boot und angelt halt Fische und für die Fische bekommt man dann Coins. Und dann muss man sich mit den Coins dann am Ende Sachen kaufen, so Rüstung und Schwerter und so und dann kämpft man einfach. Ja, also... Ganz cool, dann stelle ich mal wieder hier zum Spawn und dann... Ähm, ja, Leute. Ich würde mal sagen, Leute, ich hoffe, euch hat diese Server-Vorstellung gefallen. Die ging jetzt... Ja, gute 10 Minuten, ne? Ähm, und ja, Leute, dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Server findet und ob ihr mehr Server-Vorstellung haben wollt. Ähm, und dann lasst doch gerne mal ein Like da. Schaffen wir dieses Mal die 20 Likes. Ähm, und ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein! Ciao!